Musik Yo Leute, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Infovideo zu Splatoon, beziehungsweise ein kleines FAQ zu Splatoon. Jetzt könntet ihr euch vielleicht denken, wie soll denn zu Splatoon, was gibt es denn da zu sagen? Nun ja, bald, genauer gesagt, morgen, übermorgen oder in vier Tagen, ich weiß noch nicht, soll ein neues Format namens Weapon Check bei mir starten. In diesem Format werde ich, wie der Name schon sagt, Weapon checken, also ich werde mir eine Waffe nehmen und sie gründlich auf Herz und Nieren testen, das heißt die Reichweite ausprobieren, wie schlägt sie sich im Rangkampf, wie im Standardkampf, ist sie online echt gut zu gebrauchen, wo kann man sie am besten einsetzen, wie sind die Sekundärwaffen, passen die Spezialwaffen, was gefällt mir an der Waffe, was gefällt mir nicht, wie ist das aussehen, wie sind die Kosten, ab welchem Level bekommt man sie und so weiter und so fort. Doch bevor dieses Format startet, möchte ich eines von euch wissen, wollt ihr das überhaupt sehen? Wenn ja, dann schreibt es in die Kommentare, wenn nein, schreibt es auch in die Kommentare. Einfach nein oder ja oder Hashtag Team Weapon Check oder Hashtag Team Anti Weapon Check. Denn es ist so, dieses Format wird, denke ich, ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen und kann daher auch nicht regelmäßig kommen. Aber es macht mir ziemlich viel Spaß, deshalb von meiner Seite aus, ich würde so gern starten. Was sagt ihr dazu? Wollt ihr sowas sehen oder sagt ihr, nee, das brauche ich nicht, ich spiele das Drecksgame gar nicht, was soll das? Doch bevor ich damit beginnen möchte, will ich erstmal ein paar grundlegende Fragen zu Splatoon beantworten. Das sind persönliche Sachen, also sowas wie, was ist meine Lieblingswoche, meine Lieblingsarena, mein Lieblingshut oder meine Lieblingskampfhörer oder wie auch immer man es nennen mag, meine Lieblingsamiibo in Splatoon, meine, ja, meine Lieblingskampfart, meine Wünsche für den DRC im August und so weiter und so fort. Die erste Frage ist, wie ihr euch sicher denken könnt, was ist deine Lieblingswaffe? Meine Lieblingswaffe, naja, meine Lieblingswaffe ist eigentlich die Airbrush AG, aber ich mag auch die 52 Galon und 52 Galon Deku und, ja, ich mag auch den Carbonroller ganz gerne. Den Feindesperser spiele ich auch ab und zu, aber nicht so oft. Mit einer Sniper komme ich gar nicht zurecht, also das ist ein No-Go bei mir. Roller gehen noch, aber eine Sniper, da bin ich sofort tot. Frage Nummer 2, was ist deine Lieblingsarena? Ja, das ist eigentlich ganz einfach und schnell beantwortet, die Muränentürme. Sie sind einfach cool, sie sind groß, sie haben viele verwinkelte Gänge, man kann jede Sekundärwaffe und jede Spezialwaffe gut darauf einsetzen und es macht einfach Spaß, dort zu kämpfen. Die dritte Frage, auch eine sehr häufig aufkommende Frage, was ist meine Lieblingskampfart? Nun ja, da unterscheiden wir grundlegend zwischen Standardkampf, also einem Kampf, der eigentlich wie ein Freundschaftsspiel ist und nur so ganz wenig gewertet wird und dem Rangkampf, in dem ein Rang entscheidet. Ich persönlich bevorzuge den Rangkampf und teilweise auch den Standardkampf. Jetzt denkt ihr euch bestimmt, hm? Naja, im Rangkampf gibt es ja die Modi Turmkommando und Herrschaft und dort mag ich sehr, sehr gerne Herrschaft, weil ich einfach, da habe ich meinen Spaß und da bin ich nicht so unter Druck und irgendwie finde ich das cool und ich mag den Standardkampf sehr gerne, weil ich da einfach mal neue Sachen ausprobieren kann, ohne irgendwelche Ränge zu verlieren. Ein Problem jedoch habe ich mit dem Turmkommando-Modus, der im Rangkampf drin ist. Ich hasse das. Denn aus irgendeinem Grund bin immer ich derjenige, der dort irgendetwas leisten muss und das geht mir einfach so auf die Nerven. Deshalb spiele ich diesen Modus ganz, ganz selten und der wird wahrscheinlich auch nicht in meinem Let's Play zu sehen sein. Wenn, dann nur kurz. Als Hut oder Kopfhörer oder Cap bevorzuge ich die Kopfhörer von Focus, denn ich finde die einfach ganz praktisch, weil bei mir sind ganz gute Effekte rausgekommen und ich mag sie einfach. Als Kleidungsstück, also als Oberteil, nehme ich gerne den Säcke-Hoodie oder auch dieses Anker-T-Shirt, also dieses weiße mit dem Anker drauf, mag ich auch ganz gerne. Und von den Schuhen her mag ich eigentlich diese Sneaker, diese roten Sneaker ganz gerne, aber auch gegen die ganzen Turnschuhe habe ich nichts. Meine Lieblingsmarke ist Focus und Segitron. Segitron einfach wegen dem Namen und Focus, weil sie geile Sachen entwickeln. Die letzte und krönende Frage. Was ist denn jetzt nun die beste Waffe? Ja, eine Frage, die eigentlich nicht zu beantworten ist. Denn es gibt immer wieder Leute, die meinen, ja, das und das ist definitiv die beste Waffe und dem kann ich einfach nur entgegensetzen. Nein, es gibt keine beste Waffe. Denn eine Waffe besteht, wie ihr bestimmt wisst, aus drei Teilen ins Platoon. Einmal der normalen Waffe, also Waffenkategorie, entweder Sniper, Roller oder normale Handfeuerwaffe. Eine Sekundärwaffe, also einer Waffe, die eigentlich immer eingesetzt werden kann, wenn der Tank voll genug ist, also Bomben oder eine Mine oder einfach nur eine kleine Falle. Und eine Spezialwaffe, die nach einer bestimmten Anzahl von Tinte eingesetzt werden kann. Und dort geht es nicht um Stärke, sondern um Meinungen. Es gibt Leute, die meinen, ja, natürlich, die Sniper ist ganz eindeutig Sepiator Beta, beste Waffe. Es gibt Leute, die wiederum behaupten, der Kalligraf ist eindeutig die beste Waffe. Aber es gibt natürlich auch Leute, die meinen, hä, was redest du denn da für ein Quatsch? Die Gellens sind die besten Waffen. Nein, es gibt keine besten Waffen. Jedem gefällt eine bestimmte Waffe bestimmt gut. Denn zum Beispiel mag ich halt keine Sniper. Aber es gibt bestimmt andere Leute, die Sniper lieben und sagen, klar, Sniper sind mein Leben. Wie gesagt, es ist alles nur Meinungssache bei den Waffen. Es gibt halt einfach keine beste Waffe. Vom Einfärben würde ich sagen, ist die Airbrush RG schon sehr, sehr weit vorne. Aber auch die MG kann punkten, weil sie ja eigentlich gleich ist, nur halt mit einer Spürbombe und, ich glaube, mit der Tinsuka als Spezialwaffe. Deshalb, an sich nehmen die sich da nichts. Aber es geht halt nicht um Färbkraft, sondern es geht generell einfach um die eigene Meinung. Somit ist also geklärt, es gibt keine beste Waffe und egal, wer euch was sagt, sagt einfach, mir gefällt Waffe XY, also die Waffe, die euch halt besser gefällt, die Waffe gefällt mir einfach besser. Weil, könnt ihr natürlich auch noch begründen, denn es ist einfach nur Meinungssache. Zum Abschluss dieses kleinen FAQs möchte ich euch fragen, wie hat es euch denn gefallen? Wollt ihr sowas öfter sehen, nur zu anderen spielen? Oder was sagt ihr dazu? Fandet ihr das irgendwie ein bisschen blöd? Oder was sagt ihr eigentlich dazu, dass Gameplay im Hintergrund läuft? Findet ihr das gut? Oder soll ich einfach nur einen schwarzen Bildschirm hinmachen? Ich möchte nur ganz kurz als letzten Punkt ansprechen das Splatoon LP. Denn das Let's Play ist etwas anders als die anderen Let's Plays. Ich nehme es nämlich sehr, sehr, sehr zeitversetzt auf. Das kann man sich so vorstellen, die Folge, die, das hatte ich ja mal, glaube ich, in einem anderen Video gesagt, die Folge, die in einer Woche eventuell kommen könnte, ist eigentlich schon vor einem Monat produziert worden. Daher ist es nicht aktuell. Jetzt bin ich am überlegen, ob ich alle Videos rausschmeiße und einfach mit dem Neuesten beginne. Andererseits fehlt euch dann ein riesiger Block von Videos, wo ich eigentlich ganz gutes Commentary abliefere. Wie wollt ihr das da sehen? Wollt ihr, dass ich das genauso lasse? Oder wollt ihr, dass ich alles einfach rausschmeiße und jetzt wieder neu beginne? Weil weiterproduzieren werde ich definitiv nicht. Ich bin schon bei Part 11 und es ist, glaube ich, gerade mal Part 5 oder 6 draußen. Weiterproduzieren werde ich jetzt definitiv nicht. Das Erste und das Zweite Splendfest kommen nämlich nicht. Nur deshalb. Und deshalb wollte ich auch auf... Genau. Euch auch fragen, wie ihr das sehen wollt. Und wie gesagt, da bin ich auf euch angewiesen. Ich selber kann das wahrscheinlich nicht so gut entscheiden. Und zum Abschluss des Videos frage ich euch wie immer, wie hat es euch gefallen? Ab in die Kommentare damit. Könnt ihr euch schreiben, ob ihr das neue Format sehen wollt oder nicht. Wie gesagt, die Hashtags einsetzen. Und dann sage ich, ciao Leute, bis zum nächsten Video. Immer schön pie bleiben. Tschüss. Bis zum nächsten Video. 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 Bis zum nächsten Video.